Auf der Startseite von www.auto.de haben wir unter aktuelle Angebote drei attraktive Fahrzeuginserate platziert. Zum Beispiel das BMW Cabrio von 2007 für unglaubliche 12.000 Euro. Klickt der User darauf, erscheint wie gewohnt das Fahrzeugprofil. Und dann passiert folgendes. Mit einem Klick auf das Schlussbild wird der User direkt zum aktuellen Angebot der VHV-Kfz-Versicherung verlinkt. Dasselbe machten wir mit einem Audi Kombi und auch eine BMW Limousine wurde geklaut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017